Da ist sie, Elin, die 1. Puppe mit offensichtlichem Handicap in der deutschen Sesamstraße. Ihr den Rollstuhl anzupassen war nicht leicht. Die Requisit hat Tolles geleistet, das hier zu bauen. Sich da einzuarbeiten und eine Position zu finden, in der man gut so virtuos möglich spielen kann, das war eine Riesenherausforderung. Gleich 2 Puppenspielerinnen verkörpern den Sesamstraßen-Neuzugang. Dabei hatte man doch längst gedacht, bunter als hier geht es kaum. Du sprichst mit alle. Ja, ich sprich mit dir. Sesamstraße war immer so ein Ort, wo alle zusammenkommen konnten. Monster, Menschen, alle Hautfarben, alle Fellfarben. Sesamstraße ist seit 50 Jahren gelebte Toleranz. Inklusion ist ein wichtiges Thema, gerade für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und gerade auch für das Kinderfernsehen. Weil die Kinder recht früh mitbekommen, dass Menschen mit Behinderung etwas Alltägliches sind. Das ist die Botschaft, die wir in der Sesamstraße aussenden wollen. Ihren 1. Drehtag hat die Kleine auch schon hinter sich gebracht. Wie eine ganz große. Für Elin genauso aufregend wie für uns. Und er hat das Projekt mitinitiiert. René Schaar, der Gleichstellungsbeauftragte des NDR. Von nicht mal einem Jahr bin ich auf die Redaktion der Sesamstraße zugegangen. Und seitdem entwickeln wir und tüfteln wir an dem Rollstuhl und an dem Charakter von Elin. Beim Rollstuhl zum Beispiel haben wir die Rückenlehne eingekürzt und auch die Sitzfläche eingekürzt, einfach damit es authentischer ist. Und haben auch den Umfang des Reifens noch verändert, damit sie einfach besser an den Reifen rankommt. Ein kleiner Motor bewegt die Räder von Elins echtem Kinderrollstuhl. Damit der sportlich aussieht, nicht nach Krankenhaus, brauchte es Tüftelei. Tüfteln muss auch Krümelmonster. Beim Quiz soll er einen Gegenstand erraten und kriegt dafür Tipps von Elin. Also, meinen Gegenstand kann man ganz lange benutzen. Fast rührt sich hier schon leichter Vaterstolz. Sich selbst repräsentiert zu sehen in der Sesamstraße ist so schön. Ich hatte gerade richtig Pipi in den Augen. So, der erste Drehtag ist geschafft. Jetzt geht es zur Pause wieder zu den Freunden. Im Fernsehen ist Elin dann ab Herbst zu sehen.